ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play gta san andreas wir machen weiter ich brauche ein neues auto wenn alles gefährt nein wir fahren nicht zu sie wo ich habe keinen bock auf die mission mit dem es ist ja vorne nämlich noch nein ich habe kein bock auf die mission mit dem flug zu ich pack halt scheiße egal so was haben wir denn hier an mission oder was haben wir hier überhaupt jetzt kann man wissen was da überhaupt hier ist Was ist das? Wo soll es hinsetzen? Okay, wir kriegen ja das. Back to school. Ja, bleibt weiter dabei. Aber hier 70% oder mehr, um zu bestehen. Was müssen wir denn machen? Aha. Wir müssen also... Okay, wir haben es geschafft. Ein neues Zertifikat erhalten. Femte tesi Musik. das ist nicht so einfach muss ich reintasten wahrscheinlich es ist für engelte Scheiße ja das müssen wir uns rein fuchsen hier ist jams 79 prozent ich habe zwar die pälone getroffen was hat funktioniert was haben wir als nächstes hä kontrolliertes schleudern ok das war sie mit 99 prozent haben wir geschafft aber nicht ganz hier in position getroffen aber wir haben es geschafft ok wir müssen mit dem dinge erfahren das ist nicht so einfach wenn ich bin das klingt einfach aber es ist es nicht aber es geschafft sehr schön so haben wir noch mehr ok 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 haben wir noch so oder zack sie 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 aber stehen geblieben sind wir rückwärts warm ist scheiße mann gerade ein bisschen moment super und da kriegst du kriegen was ich hin mit 22 prozent ja 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 Zäh, 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 wana va? So, haben wir jetzt noch mehr? Wieviel haben wir denn noch uns gesummt? Klingt irgendwie ziemlich einfach. Cool, genau an null Prozent. Oh, wir haben es doch wirklich in der letzten Sekunde noch gepackt. Ah, wieso müssen wir denn noch... Was müssen wir denn jetzt machen? Ah, oh, guck mal. Wir müssen genau da reinpacken, hier. Nicht ganz. Hm. Ah, der rutscht hier wieder komplett raus. Du warst hier drin, aber ich bin hier wegen Schaden, ne? Nein, wegen einem Prozent. Ich bin hier schon schade mit dem Auto. Mir läuft richtig ein paar Glück, aber ich kann den Schaden mit dem Auto nicht gehen. Erdeck mich doch. Habe ihn. Habe ihn. Ich habe zwar die Parklücke nicht voll getroffen, aber ich habe diese 61 Prozent, damit ist das Thema gegessen. Super, dann haben wir das auch erledigt. So, gucken wir mal, wenn wir das weitermachen oder was? Really, Slalom. Sie verarschen. So, ich bin hier. 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 Hm. 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 Bissar der Fall gelohnt. Hm. 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 Wollte mich verarschen. 83%, wunderbar, wir haben's geschafft. Oh, wieviel Test sollen die noch machen? Wollte mich scheiß hier. Okay, die Schleuderwände. Äh. 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 80 prozent jawohl so haben wir noch ein abträgen manöver aber das ist sehr simpel hab ich das jetzt nicht geschafft oder? hä? ach so das ist das ziel ich bin zu weit gefahren weil ich da dahinter das ist das ziel aber geschafft so alihob warte ff? warte ff? wir müssen euch jetzt in unserem kompletten oder? warte ff? warte ff? warte ff? warte ff? vollschaft durch die city? ein kleines rennen oder was? ich glaube das dürfte aber das letzte ding sein jetzt die straße bis am ende dann rechts und dann links ok warte ff? Carl .... 이거 O Wann geh ich schon mal hier oben denn nicht? Eigentlich... Hätte ich mir jetzt gesagt, nein, ich darf es nicht so viel. Wann geht's? Wann geht's? Wann geht's? Wann geht's? Wann geht's das? Jetzt habe ich, dass ich das Ding zumindest mal auf 70% gefahren habe. 55% leck mich doch am Arsch in der Zeit oder was? 1,5% Halt. 2,5% Halt. 3,5% Halt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020